Wir alle haben den New Deal von Roosevelt aus den USA vor Augen, als es in Europa darum ging, heute über den Green Deal zu reden. Der New Deal damals hatte das Ziel, Gesellschaft wieder miteinander zusammenzubringen, auf der Basis guter Löhne, sicherer Arbeit, Wohlstand für alle zu schaffen. Der neue Green Deal muss darauf ausgerichtet sein, Klimaneutralität und die Zukunft unserer Umwelt mit unserem Alltag, mit unseren Wünschen und Konsumneigungen wieder zu verbinden. Er zielt darauf, nicht im Verzicht zu üben, sondern Industrie, Technologie und Innovation so zu betreiben, dass wir klimaneutral werden. Und in Dortmund versuchen wir, genau diesen Weg systematisch zu gehen, um Arbeit zu schaffen, um Technologie zu entwickeln und so eine Großstadt der Nachbarn zu schaffen, in der sich alle am Ende auch wohlfühlen können, auch mit Blick auf die Umwelt. Und das heißt für uns, Klimaschutz beginnt auf den Dächern Dortmunds, mit einem Ausbau von Photovoltaik auf allen öffentlichen Dächern. Mit einem eigenen Dortmund-Fonds, in dem die Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Geld, mit ihrem Vermögen und Gesparten mithelfen können, diese Technologie voranzutreiben. Und mit einer Wärmewende, wo die Versorgung mit Wärme für alle Städte, Gebäude und Wohnungen so organisiert werden kann, dass auch das am Ende klimaneutral ist. Ein großer, ein langer, aber ein wichtiger Weg. Und gemeinsam, eben im Deal, wollen wir es auch hier erreichen. Das ist unser Beitrag zu dem, was in dieser Allianz über Europas Städte organisiert werden soll. Ich wünsche uns allen gemeinsam dafür viel Erfolg.